Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu Gaming Dragon und zu einem weiteren Let's Play von Simmelwit Park und ich hoffe, heute tatsächlich wird es auch die letzte Episode sein. Tatsächlich hoffe ich, dass heute definitiv die letzte auch sein wird, ich checke gerade, ich habe auch noch etwas vergessen, was ich mit dem Agent noch eventuell holen muss, dem Agent ansonsten. So, ich glaube das ist Postfach E, oder? Postfach E ist natürlich, ja. Ansonsten, ja, werden wir heute wahrscheinlich die letzten Rätsel hier lösen. So, jetzt habe ich das, was ich noch brauche. So, verlassene Fabrik, genau. Äh, denn wir werden jetzt dort weitermachen quasi, wo wir aufgehört haben. Und zwar mit, und jetzt haben wir die Sache, dass wir hauptsächlich sie brauchen, und mit ihr alle Rätsel, weiteren Rätsel lösen. Ich kann nicht raus gehen. Die SRO-1 Roboter würden mich töten. Ich werde ein Manual finden, um die Roboter zu re-programmen, ohne uns alle zu töten. Gut, also ich brauche ein Manual für die Roboter. Jetzt achte die Landkarte. Und wir gehen zum Menschen. Tag, grabt mal wieder alles um. Ist es noch ein Staubgang? Ne, ist es kein Staubgang. Gut. Gut. In Section 2.1. 2.1 2.1 Ich brauche etwas für das Mann, ein Mann Oh, du Bock Okay Das war's nicht Ah, da ist das Programming So So, jetzt haben wir das Buch So, zurück in die Fabrik Das wird jetzt noch ein bisschen so laufen So hin und wieder So 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 Die S0C Sicherheitscode ist für aggressiven, sicheren Roboter, für Bauchdienst, den Tank, der Pilotron Oder hier einfach ein bisschen WURP Einfach ein bisschen zum kompletten Fabrik-Report einzusetzen Portgeschrittene Red-Scans und 4 Geprogrammiert und bla 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 H56 G36 D34 Hoffentlich merken wir das jetzt Now I can reprogramm those Guard-Robots Warning SR-01 Robots in Patrol Mode H56 G36 H H56 G35 G35 Ich gehe für ein 30. Jo, ist er dicht. So, weitergehen, 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 weitergehen. Ah, Stopcorn! Stopcorn! Ah, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt können wir nämlich hier die Tür aufmachen. Damit... Genau. Okay. Hm. Ich glaube, ich weiß, wo der Scharfer oder die Tür erschlüsseln ist. Damit muss ich aber jetzt mal so einen Clowne wechseln. Und der könnte nämlich dort weiterkommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, diesen Teil jetzt habe ich nicht mehr so stark im Kopf. Ich brauche schon Ewigkeiten, dass ich ihn gespielt habe. Ich brauche schon Ewigkeiten, dass ich ihn gespielt habe. Ich brauche schon zuerst. Ich brauche schon zuerst. Ich brauche schon zuerst. Okay? Okay, ich brauche mich zuerst. Okay. 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 Und so ist die Tür verschlossen. Was war da noch schnell? Irgendwas war da. Hm, was war da noch schnell? Hm. Wie war das noch schnell? Es ist lockt. Muss ich mit einem der 100 Bergen nehmen? Okay, das passt dann nicht. Aber sonst hab ich nichts. Das ist lockt. Ich glaube ich muss da mal ganz kurz aufnehmen. Ich muss auch ganz schnell nachschauen, wie die Tür aufgehen. Wie im Gleichwetter. So, back again. Ich hab was vergessen. Etwas essentielles Wichtiges. Tatsächlich, ich hab's wirklich vergessen, dass es das Atem gab. So. Hm. Uncle Chuck war immer sehr touchy über dieses Bild. Ich weiß nicht warum. Nein. Nun den Schlüssel. Ja, da ist er. So, das ist der Büroschlüssel. Nämlich das ist der Büroschlüssel. So. So. Nutze die Karte für die Fabrik. Jetzt kann ich ins Büro. So. Nehme den Mut. Nutze mit Hallo Folie. Oh, ein Tankbuck. Das sieht aus wie Uncle Chuck´s Journal. Nutze das Tag. So. Eintrag 3668. Es ist wahr. Alles ergibt Sinn. Alles ergibt Sinn. Wo ist die Mutter von Dolores? Interessant. Eintrag 1529. Habe ich mehr Zeit im Labor mit der KI und im Text Adventure verbracht? Ich hab was vergessen wieder reinzuschalten. Ah, ich hab den Zeitgriff vergessen wieder reinzuschalten. Ah, Scheiße, diese. So. So. Durch wurden die Reihe von Mysterien entschlüsselt. Alle meine Annahmen über die Welt sind absolut korrekt. Eintrag 5200. Noch mehr Forschung noch tiefer hinunter in den Hasenbau. Seltsame Dinge, die sich vorher nicht beachtete, sind plausibel. Simpelbeet Park hat 80 Einwohner, aber 3000 Leute im Telefonbuch. Das macht alles keinen Sinn. Bis ich das Unmögliche akzeptiere. Oh Gott, es ist so erschreckend. Die KI sagt, es gibt nur einen Weg. Aber ich zweifle langsam an ihr. Sagt sie mir wirklich die Wahrheit? Sie werden beobachtet. Ich werde beobachtet. Die KI ist nicht das, was es vorgibt. Ich muss je nach Treff tiefer intensivieren. Jetzt bin ich sicher, dass die KI eben keine KI ist. Sondern etwas anderes. Aus einer anderen Welt. In der auch die Leute aus dem Telefonbuch existieren. Ich habe einen kleinen Tron Röhre geschaffen, die tief unten im Text Adventure liegt. Und nicht mit uns vernetzt ist. Sie zählt immer weiter nach oben. Wir werden neu starten. Ich muss noch tiefer. Je tiefer ich bin, desto weniger können sie mich sehen. Ich achte darauf, was unten passiert. Sie achten nur auf die Oberfläche. Narren! Franklin versucht weiterhin, Fabrik auf Kuscheltiere umzustellen. Das darf nicht passieren. Meine Welt könnte gefunden werden. Ich brauche meine energierückweisende Radiowellen. Können das schaffen. Franklin ist nun weg. Ich würde mich nicht schlecht fühlen, wenn er mein richtiger Bruder gewesen wäre. Franklin hat einen ausländischen Investor eingeladen, um die Fabrik für eine Investition anzusehen. Die KI sagt, wir müssen das aufhalten. Ich muss nicht, ob ich die KI trauen kann. Aber vielleicht ja. Ich habe den Plan, um den ausländischen Investor fertig zu werden. Ich setze alles in Bewegung. Ich kann nicht sagen, ob dadurch alles auseinander fällt oder endlich zusammen kommt. Noch ein Neustart. Ich kann nun schon ohne unvernetzte Röhre spüren. Die Pilotrohrmaschine ist fertig. Sechser Zünsche ist perfekt. Die habe ich schon bemerkt und mich dort versteckt. Aber bevor ich verschwinde, muss ich noch Dolores einige Hinweise geben. Wenn sie irgendjemand herausfinden kann, dann sie. Ich muss aufhören. Es gibt nur noch einen Weg. Es tut mir leid. Unwesenheit macht glücklich, wäre ich unwesen geblieben. Wenn nicht Franklin seine Plüschtiere machen lassen hätte, wäre er reich und unwissend. Die lebten ihn, lebten ihn. Ich kann nur darüber nachdenken. Das ist mein letzter Tagebucheintrag. Ich kann nicht mehr sagen, aber sie könnten das lesen. Ich habe den Hinweis im Sinne mit Tag versteckt. Ich muss sicher sein, dass sie es nicht finden. Sie müssen denken, es sei eine eigene Idee gewesen. Dolores, ich würde alles verstehen. Bitte Dolores, sei schlau, wie ich dich kenne. Ich würde es erst mal holen. Nö. So. So. Nutze Fingerabdruckpulver mit Gas. Es ist mit schwarzen Zutaten. Ich sehe ein paar klare Fingerabdrucke. Es ist mit schwarzen Zutaten. Ich sehe ein paar klare Fingerabdrucke. Ich sehe ein paar klare Fingerabdrucke. Gebe Fingerabdruck an Dolores. Hallo, mein lieben Freund. Das war es von Cymbal with Park. Den Weg zum Finale. Ich hoffe es hat euch gefallen und ihr bleibt mir gewogen mit einem Abo und einem Daumen rauf. Unten in der Videobeschreibung ist natürlich der Link zu meinem Lungen, wie ich der Elder Scrolls Online Let's Player und natürlich auch der Link zu meinen laufenden Let's Plays. Ich verbleibe als euer Gaming Dragon mit dem heißen Forio für diesen Part.